In unserem Fall installieren wir den Telekom Speedport Hybrid innerhalb des Hauses, wo unsere ganze Telefon- und Netzwerkverkabelung ist. Deshalb haben wir uns hier entschieden, eine LTE-Außenantenne zu installieren. Mit einem 10 Meter Kabel gehen wir eine Hauswand entlang in den Technikraum und haben so die optimale LTE-Verbindung. Die Ausrichtung der Antenne haben wir ausgetestet in die verschiedenen Richtungen und bekommen hier etwa 70 M mit über das LTE-Signal der Telekom. Das schwarze LTE-Antennenkabel oder ein Twin-Kabel haben wir hier auf der Rückseite des Speedport Hybrid angeschlossen. Und wie Sie hier sehen, haben wir vollen LTE-Empfang mit fünf Balken und damit einen optimalen Funkempfang. Da wir Indoor eine relativ schlechte LTE-Funkversorgung haben, haben wir heute eine LTE-Außenantenne installiert und möchten Ihnen nun einen Speedtest zeigen, mit der kombinierten Geschwindigkeit aus VDSL und dem LTE-Datenturbo mit Magenta zu Hause Hybrid. Hierfür starte ich nun den Test. So, wir sehen also, wir haben 100 Mbit VDSL, wobei wir rein DSL etwa 90 Mbit tatsächlich erreichen und die restlichen 50 bis 60 Mbit werden hier über das LTE zugeschaltet. Dann schauen wir noch, wie der Upstream aussieht. Vom Tarif her müssten es 40 Mbit mit VDSL sein. Genau, und das, was wir hier in Richtung 60 Mbit sehen, das erreichen wir auch durch den LTE-Datenturbo. Also ein hervorragendes Ergebnis, rund 150 Mbit downstream und über 60 Mbit upstream mit Magenta zu Hause Hybrid L.